Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bag of Boys, zusammen mit Litzkroni. Hallo. Wir sind auf dem Mond. I guess. Ich hab den Mond anders in Erinnerung als ich das letzte Mal da war. Da vorne haben wir den Heiligen Geist. Wir springen ja auch höher. Also stimmt es doch, dass der Himmel existiert. Oh Gott. Das ist ein ganz anderes Spielgefühl, oder? Ja. Und Hauptsache da ist ne Kamera. Ne, das will ich nochmal hoffen. Ich kann dir die Mond claim? Wait. Oh mein Gott. Ja! Ja! Was? Ist das Stalin? Was? Nein! Ah, wir haben den Mond geclaimt. nein die schlage ist nicht drauf jawoll jawoll das ist richtig cool die ganze speichern automatisch es müsste automatisch werden das müsste ich irgendwo im start ding war ja ein raum dafür ich weiß nicht mal wo ich hin sei da ich schwör musst du musst deine verteidigung zu stören ich sehe ihn schon hier runterfallen und sterben okay ich hoffe ich habe ihr geld nicht verloren ist pleite sein mein freund nicht springen doch aber ich konnte bloß meinen fuß nicht einsetzen deswegen bin ich runtergefallen du kannst auch kein doppelsprung machen gerade hast du gestorben bist nicht hätte ich ja auch gesaved ja was wird diese rampen wirklich aufgebaut sind teile von zerstörten schiffen wie es wieso sollte sich ja hiermit aufgebaut haben wir sind hier im welteraum das sind die russen ich wollte gerade nicht gesehen hätte ich gesehen jetzt kannst du das seine verteidigung zu stören ich kämpfe einfach den krieg gegen todes sterben bruder diese scheißteile oh gott oh gott ich will nicht was ich will nicht wissen was passiert wenn er dich anschaut ich sollte nicht in die richtung gehen wo er die ganze hinschaut du hast doch fast keine andere wahl oh schlecht ist es ein anderer österreicher was schaffst du mir gesagt helft mir meine brüder poland zu spaz nein schwindet zu spaz ok 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 alles in ordnung er hat dich verloren ok wo musst du hin wo ist der sprung hin da oben wahrscheinlich ja du musst ja auf den anderen ring was ist denn das du hey warum denn ok komm fuck you im safe irgendwo sind wir safe und jetzt nicht oh nein 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 er schaut uns wieder direkt an ich weiß es gewollt ist i guess run run wo muss ich denn hin was zu überleben bist du jetzt fett werden soll ich denn ich weiß es nicht ja da vorne ist es nicht okay aber du stirbst nicht du kannst hier sogar halbwegs sicher sein ne 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 schießt auf und du scheinst sicher zu sein weil man bis das rote licht weg ist ich hatte lieber mit gerecht mit einer ich auch gedacht wir fliegen jetzt in space und da ist alles cool aber nein es ist doch um die namens wochen strengt ist es für mich jetzt nicht ich siege den mondboss ich glaube da muss nicht lang habe ich glaube da ist falsch wenn einer den mondboss besiegen kann dann ist es ist weil ich da weiß ich noch vorher aus ja ok die kamera letzte aufnahme gut dass wir geübt haben wir leben der hat die teile ich versuche ich versuche meine fähigkeiten auch viel zu schnell einzusetzen das ganze das ganze doppelkriege jetzt sollen die sehr schön ein leben noch und die fliege dinge also auch noch erst mal ein bisschen sammeln und ein leichten zieler nehmen der darf halt auch die schießen ich glaube dass die dreieck zu besiegen äh schlau ist ja wenn ich gleich wix soll mich halt reinlassen werden das ganze leben sehr schön ja sauber auch schon fliege von dem schiff also kannst rausbrechen es wird runter ja ja easy bist du geflohen da hattest du ja so viel im das ist für eine basis ist das nächste level auf dem mond ich schwöre das war jetzt zehn minuten aber jetzt chillen die hier offline jetzt chillen die alle hier die die wir bei den russen gerettet haben und die wir bei den amis retten die chillen dann wahrscheinlich links was wir bei den amis überhaupt welche retten weiß ich nicht das chillen ist wahrscheinlich dann einfach die amis so happy das wird ziemlich lame lol ok ich glaube da haben wir schon cooler wer aber nicht wenn man gleich einen hellen gekriegt oder so in den ball ist ich kommen wollen sich haben wir bekommen wir müssen auch unbedingt das vikings level noch mal machen es fehlt noch so viele es fehlt noch so viele wir können hier noch sein wir sind so ein welterum ding aber das ist mir verloren ach da aber es ist dieses wusten welterum ding ja damit verstehen wir jetzt bei den amis sein ich glaube sie greifen uns am anderen das wäre ziemlich cool das wäre echt cool der liegt im level äh im leben wir waren noch nie auf dieser site des levels ich glaube die greifen uns doch sowieso an ja die russen haben uns ja auch sowieso angegriffen wir sind fucking österreich wir versuchen deren lager zu nein das ist ja als würde ich jetzt das ganze level von vorn abbauen was sie eigentlich auch tun ne ja aber ein bisschen anders oder sogar ganz anders das ist ein cooles bild mal das an deiner wand ich nehme es gerade so in der aufnahme auf damit ich es wirklich machen könnte falls das bild nicht hier im internet existiert muss ich mir alles genau anschauen mhm oh das video lief im hintergrund weiter ich will nicht extra nochmal die folge schaue oder so jetzt geht mir halt auf den sack dacke so jetzt kann ich es mir weiter schauen der baum ist im weg die natur ist im weg sie muss sterben ok ich habe keine ahnung was das darstehen so eine raum schiffe eigentlich ist ich habe keine ahnung nein die kommt nicht rein um zu weiter zu schauen das sind wirklich leute eingesperrt was glaubst du denn hast du wirklich der meinung die amis werden werden korrektes land die meinung hatte ich noch nie warum dann jetzt ja wer weiß jetzt gehen wir doch nicht auf die nerven da sitzen und weinen muss was tun kann das ist panama und bewegt sich zu schnell damit ich die anderen flogge nicht erkenne also kanada ist chile nicht panama und es ist mexiko eins von beiden ja das ist müsste müsste texas texas nicht mexiko texas seien das andere ist alaska oder kalifornien die staaten kenne ich nicht mit flaggen her es ist toll das bild weiter anschauen richtig hier zu stellen natürlich auch wow wow ich werde es nicht machen aber schön machen das kann sein das kann wirklich sein vielleicht kann ich nicht mehr die russer sind aber stärker in der verteidigung die russer sind aber stärker in der verteidigung da bist du höchstwahrscheinlich werden wir auf der weltraumbasis dann bei den amis landen das kann sein das kann wirklich sein vielleicht hätten wir auch erst so den amis gehen sollen weil die einfacher sind so hätten wir hingekommen oder können wir die russen abschießen ja das ist ja das wo wir selber geschossen werden den spaß hatten wir schon bei den russen genug spaß für heute alle guten dinge sind jetzt müssen wir die raketen zusammenbauen ja fast so jedenfalls hätten wir dasselbe in den russen mal gemacht das ist ein kfc-button bucket ich glaube ja der frisst doch was davon das gibt mir voll die mickey mouse wunderhaus vibes ja voll mit diesen händen Oh, Junge! Oh mein Gott. Das muss die Sekretärin der Abi sein. Ja, der geil... Was passiert, wenn du ihn auf sie schießt? Wie schnell hab ich mich denn umgedreht? Ich glaub, das ist das einfachste Ziel rauszuschieben. Nee. Der ist ziemlich wütend, mein Freund. Okay, das besinkt auch nicht. Okay. Wir können weiter. Oh! Ja, da können wir erst drauf drücken, wenn ihre Kehle fertig ist. Da rechts! Hm? Hinter dir! Was ist da? Da hab ich die Lichtstrahlen schon... ...erblickt. Oh nein. Okay, komm von der anderen Seite hin. Schön. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt, da hoch zu gehen. Ach. Oh, geht halt nicht. Ah, jetzt so. Warum funktionieren diese Dinge nicht? Warum hat das nicht funktioniert? Nein, wo geh ich eigentlich gerade hin? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Aber da ist ein Button. Hä? Oh no. Ach, du weißt. Seid ihr nicht zum Wunderhaus, Vibe? Ja, folgt das hier, ey! Kannst... Was haben die da gemacht? Ich hab keine Ahnung. Ah, da haben wir schon das letzte. Okay. Nice. Die hätte schon warten, Alter. Ja, zu gut. Ich merk schon, du hast keine Lust, dich hier umzuschauen. Ey, was gibt's denn, was zu sehen? Das ist ja recht... ...plain bei denen. Das war bei den Russen-Grußen-Schulen, oder? Oh no. Oh no. Es ist ja nicht erst los. Das sind sie wieder alle. Da ist ein Knopf. Schön, wie ihr da hochschaut. Er hat... Er hat dich schon runterspringen sehen. Er konnte seine Freunde aber nicht mehr rechtzeitig warnen. Und dem Wachmann juckt er auch nicht. Ist kein Wachmann. Das ist so ein Fluglotser. Den kannst du nicht umbringen. Das ist hilfreich für die Gesellschaft. Das ist amerikaner, er muss. Stimmt, da muss er sterben. Und die nächste Gruppierung, die wir gegen uns haben. Yeah! Das Dinger aufgebaut, die nicht funktionieren. Ich versteh echt nicht, wie die Dinger... Brauchst du da vielleicht diesen Flughelm? Lass mich raus! Kann sein, dass die wirklich nur mit dem Flughelm funktionieren. Weil die Wind rausstoßen. Das kann sein. Wir sind aber nicht gewillt, das auszuprobieren. Achso, den Helm meinst du? Ich weiß nicht, das ist so ein... ... oder Chesschen. Das ist so ein... ... oder Chesschen. Das ist so ein... Das geht aber auch mit dem Accessoire, also... Hm. Okay, nir. Sad. Pretty? so wieder auch krass er hat sein partner geschlagen let's go das ist der die 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 anzieht wie gesagt ja ja topf vermeide wir müssen noch wenn ich hier so viel hingeben ist ein bisschen umschauen das ist mehr wicher ohne texas wenn du damit den blitz rein ist ich lasse ich immer in ruhe ich muss mich an das ist ein käfig ja so kann man den nur von innen löffel ja die haben mich einfach nur hingestellt damit die zuschauen können wie sie ihr spaß haben ja das ist genauso stelle ich mich auch vor kotz der kotz der kotz der andere piste oder eine piste doch 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 ich weiß schon gar nicht was ich abgier ich bin der letzte überlebende das war's mit der folge hier jemals wieder herfinden ich auch nicht ich habe mir vorbei und bis zum nächsten mal tschüss 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 Vielen Dank.